Und einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Montag, ich wünsche euch eine richtig tolle neue Woche. Die Hunde sind gerade abgefüttert worden und jetzt versucht Pasha auch mit in die Kamera zu kommen. Ja, heute ist irgendwie Brandgeruch in der Luft und ich glaube auch, dass man das sieht. Ich muss jetzt mal nach oben gucken, seht ihr, überall was brennt irgendwo. Da müssen wir jetzt mal gucken, das brennt. Hier ist alles voller Rauch, seht ihr uns, das riecht auch alles nach Brand. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken. Moment, also das ist jetzt nicht in Ordnung. Jetzt müssen wir mal gucken. Brand ist immer gefährlich hier. Mein Mann, du schläfst noch. Oh Gott, was ist das brennt? Die ganze Luft ist voll verbrannt, hier brennt es. Aber wo? Keine Ahnung. Puh, scheiße. Aber wo brennt es? Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Aber auf der anderen Seite gucken. Seht ihr, es ist alles so ein Brandgeruch. Ist das in den Bergen irgendwas? Ja, da hinten brennt es. Wahrscheinlich, jetzt machen wir die Tür wieder zu. Wahrscheinlich an der Anlage da hinten. Moment. Wahrscheinlich. Oder ich habe keine Ahnung. Oder in den Bananenfeldern. Ich habe eben auch Tio, 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 irgendwie so einen Alarm gehört. Ach du Scheiße. Das ist nicht die Anlage. Das scheint irgendwo in den Bananenfeldern zu brennen. Dahinter ist noch eine Villa. Oh Gott. Scheiße. Sollte ich jetzt die Feuerwehr rufen? Oder haben die die schon gerufen? Ich habe ja keine Ahnung. Was brennt denn da? Scheiße. Was soll ich denn jetzt machen? Was brennt denn da? Ich habe eben auch einen Alarm gehört. So wie so Feuerwehralarm. Das heißt, wahrscheinlich ist die Feuerwehr schon da. Shit. Aber was brennt denn da? Ist das ein Bananenfeld? Oder ist das... Komisch. Oder brennen die irgendwas ab? Am frühen Morgen. Man weiß es ja nicht. Die brennen ja auch immer irgendwelchen Scheiß ab. Aber jetzt scheint es weniger zu werden. Ich hatte da nämlich eben Feuerwehralarm gehört. Aber ich dachte, das wäre irgendwie so ein Autoalarm gewesen oder so. So. Nee, ich gucke mal. Scheint irgendwie vielleicht doch Bananenfelder zu sein, die die abbrennen. Wo sieht es jedenfalls aus? Tja, keine Ahnung. Das ist jedenfalls kein Haus. Das ist in den Feldern da hinten. So sieht es jedenfalls aus. Muss ich mal unter Kontrolle behalten, ja. Oh Mann. Jetzt meine Hunde, bitteschön. Und dann bin ich gar nicht gehört. Hä? Dieser Tag. Ich habe mich nicht gehört. Ich hab mich nicht shearerk. Ich habe mich nicht gehört. Wie lange habe ich in circumstance geholfen? Ich habe mich nicht gehört, dass ich mich nicht hö coloc. Ich habe mich gehört. Ich habe mich gehört. Ich habe mich gesehen, dass ich noch eine gute Gänze. Mas立sende mir hinterher bin, auf dem gee hi. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 rütteln versen ja 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 Das ist ein Flash. Ich habe mich verholt. Ich habe mich verholt. Ich habe mich verholt. Ich habe mich verholt. Er hattoi, ich habe mich verholt. Ich habe mich verholt. Ich habe mich verholt. Ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das reift da bestimmt. Das ist vielleicht so ein reifer Ding. Ja, mein Gott. Die Menschen müssen wir hierhergeben. Das wäre schön. Wir kommen hierher Directe. Wir kommen hierher auch hierher. Wir sind hierheringaquend. Wir sind es hierher. Wir bringen uns hierherum. Schau mal ein bisschen an, ich habe einen Schein. Hier kommt ein Wasser. Ich will nicht mehr so, ich kann es nicht mehr so sagen. Aber ich werde nicht mehr so sagen. Du kannst etwas zu essen. Ich werde das weg. Der eine Sitzung und wieder geht. Der eine Sitzung. Enkel Sägen Das ist kein Dorn Ja, der ist schon sehr sehr Da kommt sie immer raus. Aha, da sitzt sie wieder. Mäkla sind das, glaube ich. Die sind in der Mitte. Die sind in der Mitte. Sie sagen, dass sie heiß sind. Sie nicht in der Mitte, in der Mitte. Sie sind in der Mitte. das ist kassier auch das ist kassier das ist kassier das ist kassier das ist kassier ich kann nicht es ist kassier ich bin Pantolano, bitte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.